Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, ich bin's wieder, euer Kornel, wir sind hier bei Mario Kart 8 und ja, das ist mal wieder ein Commentary und kein Live-Gameplay-Commentary, macht das Sinn? Also ich kommentiere es nach, weil ich das Gameplay gerade ganz in Ruhe aufgenommen habe, einfach mal so schön gespielt, ein bisschen Musik dabei gehört und dann dachte ich mir, ich will die Musik gerade nicht ausmachen und dann nehme ich halt jetzt einfach das Gameplay einzeln auf. Ja, ich würde gerne heute über ein paar Sachen reden oder ich weiß nicht, ob es ein paar sind, gucken wir mal. Anfangen will ich auf jeden Fall mit meiner momentanen Kanalsituation und der damit einhergehenden Projektsituation. Viele von euch wissen es vielleicht oder haben es mitbekommen, ich möchte, schrägstrich wollte, ja, Super Smash Football starten und irgendwie kommt es nicht. Wo bleibt das denn, Kornel? Ich verstehe das irgendwie nicht. Du sagst, das kommt und dann kommt das nicht, ha, ist ja gut. Die Sache sieht so aus, damit ich die Wii an meiner TV-Karte anschließen kann, benötige ich verschiedene Dinge und in dem Fall wollte ich eigentlich ein Komponentenkabel benutzen. Und dafür brauche ich aber eine Kabelpeitsche, wo ich halt das Komponentenkabel anschließen kann, weil das Komponentenkabel hat, glaube ich, 5 oder 6 Stecker. Die muss ich logischerweise an einen Anschluss stecken, der dann in die TV-Karte geht. Die TV-Karte hat natürlich keine Anschlüsse für alle 5 Komponentenstecker, sondern man braucht da so einen kleinen Adapter quasi, wo man halt dann die Stecker reinpackt. Und dann, am anderen Ende, den Eingang hat, der in die TV-Karte passt. So, das, diese Kabelpeitsche, wie man sie immer gerne nennt, weil da halt so viele Kabel dran sind, die habe ich auch irgendwo. Bei mir wurde ja mal eingebrochen und ich bin mir sehr sicher, dass ich damals dann gesagt habe, oh, das Komponentenkabel haben sie mitgenommen, aber immerhin haben sie mir meine Kabelpeitsche hier gelassen. Aber da ich damals ja nicht wusste, dass ich die nochmal in der nächsten Zeit brauche, ich weiß nicht, wo ich sie hingepackt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass ich die immer gesehen habe. Kennt ihr das? Ihr verliert eine Sache. Das ist so typisch, oder? Nein, ihr verliert eine Sache nicht. Ihr habt, ihr seht, irgendeine Sache seht ihr immer. Ihr seht es jeden Tag. Ihr lauft 500 Mal dran vorbei. Und irgendwann kommt der Moment, wo ihr euch sagt, ach, jetzt brauche ich das Ding XY mal kurz. Und dann ist es weg. Und ich bin mir sicher, dass ich die Kabelpeitsche voll oft gesehen habe. Und wahrscheinlich habe ich sie irgendwann mal, weil es mich genervt hat, irgendwo hingeräumt, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wo sie ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich meine, ich bin mir richtig, ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie ich durch mein Zimmer gehe und denke, ach, da ist ja die Kabelfeitsche. Aber ich finde sie nicht mehr. So. Deshalb, Smash Football habe ich schon vor zwei Wochen bekommen oder so, oder knapp zwei Wochen. Das habe ich mir bei Rebuy bestellt für 17 Euro, glaube ich. Rebuy ist eine gute Seite, wenn man gebrauchte Spiele kaufen will. Dann gibt es auch sehr viele coole, kleine, richtig billige Spiele. Also, Rebuy durchstöbern, das macht schon mal Sinn, wenn man da sowieso was bestellen will. Und, ähm, nur verkaufen ist da, glaube ich, nicht so gut. Aber gebrauchte Sachen zu verkaufen ist eh immer schwierig, oder? Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwo einen vernünftigen Preis für kriegt, außer wenn man es vielleicht selber privat verkauft. Weil, wenn du nach GameStop gehst, dann kriegst du ja nichts. Dann gibst du Spiele für 5 Euro ab und die verkaufen die dann für 40. Alle schon gesehen. Naja. Hm, auf jeden Fall, äh, habe ich halt diese Kabelfeitsche nicht. Deswegen konnte Smash Football noch nicht starten. Deswegen gibt es momentan halt nur Pokémon seit einer Woche oder so auf meinem Kanal. Und das gefällt mir natürlich nicht unbedingt. Es läuft zwar trotzdem alles ganz gut, ich kann mich nicht beklagen, aber ich hätte gerne, ähm, ein zweites festes Projekt. Jetzt habe ich mir gestern ein, äh, V2 HDMI Adapter gekauft. Das ist in, das ist so ein kleiner Stecker, der passt in die Wii. Sieht aus wie ein USB-Stick. Den packe ich in die Wii und dann kann ich ein HDMI-Kabel daran anschließen. Und meine Wii U ist ja über HDMI mit der TV-Karte, äh, angeschlossen. Das bedeutet, ich muss dann einfach nur bei der Wii U rausstöpseln und in die Wii rein. Das heißt, ich muss auch noch nicht mal zu unseren Tisch krabbeln immer oder so. Ich kann es einfach an den Konsolen umsteckern. Und das ist halt relativ, äh, chillig. Und das bedeutet, ähm, wenn das ankommt, kann ich dann endlich auch die Wii wieder aufnehmen. Das bedeutet natürlich, dass es nächste Woche, also ich hoffe, dass es Montag ankommt. Ähm, die voraussichtliche Lieferung ist Montag bis Samstag. Das ist natürlich eine sehr genaue Angabe. Also, es ist so ein kleines Ding, das müsste eigentlich in den Briefkasten passen. Ich hoffe, das passiert auch und ich hoffe, dass es dann Montag da und dann wird das halt irgendwann in der nächsten Woche starten. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran. Smash Football ist ein richtig cooles Spiel. Ich hoffe, das ist ein Projekt, was, äh, eine Chance erhält und nicht irgendwie untergeht. Aber ich bin da sehr optimistisch. Ähm, und, ja, das ist einfach ein richtig... Also, der Nachfolger für die Wii war ein richtig... Für die Wii U? Nein. Ich spiel jetzt ja für den Gamecube. Entschuldigung. Der Nachfolger für die Wii war ein richtig cooles Spiel. Hab ich ja auch Let's Played. Mario Strikers Charged Football. War auch ein richtig cooles Let's Play. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das ist am Ende sehr... Viel Rumgeschreie vielleicht und sehr viel, äh, aber es war einfach so schwierig und nervenzerreißend. Das war wirklich so ein Let's Play, wo man mitfiebern konnte. Das war wirklich richtig krass. Ähm, das war... Das war so schwierig. Ich bin fast gestorben. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und deswegen... Ich bin großer Fan von diesem Spiel und deswegen möchte ich auch sehr gerne den Gamecube-Teil spielen. Der ist ein bisschen simpler. Ähm, aber trotzdem gleiches Prinzip und ich denke, der ist, äh, mit Sicherheit nicht viel schlechter. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dort auch wieder spannende Situationen aufkommen. Ich hoffe, dass die NPCs da, ähm, dann auch stärker werden. Wir werden wieder uns einen Charakter schnappen und dann den Cup durchspielen. Und, ähm, ich hoffe halt, dass es hinterher wieder sehr schwierig wird hinten raus. Bei Mario Strikers war das auf jeden Fall gegeben. Naja. Und dann gucken wir mal, wie dieses Letztwerk gestaltet wird und, äh, wie wir das dann machen. Ähm, ja, das ist es dazu. Wie gesagt, ich bekomme das und dann starte das. Und dann kommen endlich wieder zwei Projekte. Äh, jetzt vielleicht mal zu den anderen Sachen. Mario Kart 8 kommt auf jeden Fall am Morgen. Ich plane auch morgen am Sonntag einen Mario Kart 8 Part. Das heißt, da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich verspreche das jetzt hier einfach mal, dass ihr morgen früh einen Mario Kart 8 Part bekommt. Dann kommt morgen, wie gesagt, Isaac und sehr wahrscheinlich auch Pokémon. Ich habe ja diese Woche, habe ich Pokémon einmal ausgelassen? Ne, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich gehe davon aus, dass Pokémon kommt. Und, ähm, dann habt ihr drei Videos am Sonntag mit Isaac. Da ist dann wieder so geregelt, dass der erste Part bei MOP auf den Kanal kommt. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall dann auch vorbeischauen. Ich werde auch wieder eine Verlinkung machen, falls ihr das nicht mitbekommen solltet. Und dann den zweiten Part dann bei mir gucken könnt. Und dann seht ihr, wer gewonnen hat. Und dann, äh, ja, wie gesagt, Isaac, One on One, wird eine wöchentliche Sache. Das wird relativ cool. Und, ja, wie gesagt, Tomodachi. Tomodachi Live. Ich werde mich jetzt bald ransetzen, um den Part zu machen. Um mir da was auszudenken. Ich möchte halt was Cooles nochmal für den letzten Part machen. nochmal so ein bisschen die Geschichte weiterspinnen. Ähm, ich habe ja das so ein bisschen versucht, dass es, äh, in Tomodachi auch durch die Lieder, dass es halt immer so eine kleine Handlung gibt. Das habe ich halt, ähm, deswegen hat halt Dumbledore was gesungen. Dann hat halt der Anden vor was auf Dumbledore geantwortet und so. Dass man halt durch diese Lieder dann so eine kleine Handlung, ähm, in diese zufälligen Geschehnisse reinbringt, quasi. Und, ja, Dumbledore, der große Star, äh, unseres Tomodachi Live Let's Place ist jetzt, glaube ich, umgezogen, weil bei mir ja nichts mehr geht. Ja, das war Dumbledore relativ langweilig. Ähm, der ist jetzt nach Volo umgezogen, wenn mich da nicht alles täuscht. Und, das ist natürlich sehr schön, weil Dumbledore dann, äh, noch weiter lieben und leben kann. Und ich bin sehr gespannt, äh, ob das bei Volo auch noch lustig wird mit Dumbledore. Und, ähm, aber Dumbledore wird natürlich dann für den letzten Part nochmal zurück auf Kornland kommen, bevor er dann wieder Kornland verlässt, weil er ja jetzt, äh, bei Volo wohnt. Auf Volonia, glaube ich. Ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch vorbeigucken. Wie gesagt, Tomodachi geht bei Volo noch weiter und ist auch sehr lustig. Und ich setze mich jetzt bei dran und mache den letzten Part, ähm, genau. Was ich sagen wollte, ich will halt den letzten Part irgendwie cool gestalten, nochmal einen richtig coolen Abschluss. Und, ähm, da will ich halt einfach, ja, will ich mir Zeit mitlassen. Ich will es wirklich gut machen. Wenn es am Ende keiner mehr sehen will, weil es out ist oder so, oder weil die Pause zu lange war, ist es mir egal. Ich will einfach einen guten Abschluss. Etwas, das mir gefällt. Weil das, äh, Spiel und das Display haben mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, zum einen hat es natürlich, ist es unfassbar gut gelaufen, hat meinen Kanal auf jeden Fall weitergebracht. Aber nicht nur das, ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Spiel. Das war einfach, wenn ich mich da zurückerinnere an die Szene, wo Klaus und Dumbledore sich trennen, da habe ich Tränen gelacht. Und das ist einfach unfassbar cool gewesen, das Spiel. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich da ein gutes Ende hinkriege. Und, ähm, naja. Ich, äh, sag aber mal, dass ich auf jeden Fall nächste Woche auch dann das, den letzten Tomodachi Live Part bringen will. Wahrscheinlich gegen Wochenende. Ähm, das ist so meine Vorstellung. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal ein kurzes Statement zu dem Top-Video, was ich für Pokémon plane. Ich, äh, habe mich da noch nicht weiter drangesetzt. Ich habe diese Woche ja sehr viel gestreamt. Ähm, ich habe auch gestern gestreamt. Heute streamt Wollo, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal bei Wollo auf dem Kanal vorbeigucken, ob er ein Stream-is-on-Video gepostet hat, oder ob er es posten wird heute. Ähm, ja. Oder ihr guckt einfach bei ihm bei Hitbox direkt vorbei. Es mit Sicherheit... Also, wenn euch das interessiert, guckt einfach, seid da ein bisschen aktiv. Ähm, und der streamt heute sehr wahrscheinlich. Ich sage immer sehr wahrscheinlich, weil es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Aber in der Regel sollte er heute streamen. Ähm, und morgen am Sonntag, auch mal kurz hier, passt ja auch sehr gut, äh, machen wir wieder einen Mario Kart 8 Turnier-Stream. Wieder zwei Stunden, wieder sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist immer so das Wort für, wenn es ausfällt, habe ich sehr wahrscheinlich gesagt. Ähm, sehr wahrscheinlich mit Emoji, Wollo und mir. Also, so wie letzte Woche, wieder zwei Stunden, wieder richtig viel Spaß, wieder richtig viel Random-Scheiße und einfach nur Spaß haben. Und, ähm, ja. Wie gesagt. Und, äh, Sonntagabend mache ich dann vielleicht auch wieder einen WoW-Stream. Ich, ähm, habe schon wieder länger kein WoW gestreamt. Ich musste es halt alles mal irgendwie unter einen Hut kriegen. Wie gesagt, ich habe diese Woche sehr viel gestreamt, hatte auch sehr viel Bock. Und, äh, das war einfach alles sehr viel. Und, äh, ja. Das ist schwierig, dann alles zu koordinieren, dass alles auch irgendwie drankommt. Und, äh, es ist einfach schwierig, ja. Ich muss da noch einen richtigen, eine richtige Ordnung finden. Und, und, und. Das ist einfach so die Sache dabei. Ja, gut. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich, äh, bin sehr zufrieden momentan mit meiner Stream-Situation. Es macht mir zum einen halt sehr viel Spaß. Zum anderen macht es euch, glaube ich, auch viel Spaß. Und, ähm, mein Kanal, wie gesagt, ich hätte halt gerne noch ein zweites Projekt, weil, ähm, alles andere halt, auch ein Cornel Flasht, kommt halt nur, wenn ich gerade ein cooles Flash-Game habe. Ähm, und da habe ich mich jetzt noch nicht weiter umgeguckt. Deswegen kam es jetzt auch eine Zeit lang nicht. Ja, ich freue mich, wenn ich wieder ein zweites Projekt am Start habe. Sonst kommt alles. Pokémon, äh, das Top-Video zu Pokémon ist in der Mache. Hatte ich nur nicht so viel Zeit, weiter dran zu arbeiten. Ja, es kommt alles. Es ist, äh, mein Kanal gefällt mir momentan unfassbar gut. Ähm, ich, äh, hab viel zu tun. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch gefällt alles. Und, äh, macht's gut. Tschüss!